Schauen wir uns vielleicht ein, zwei Beispiele an, um dieses seltsame Bernoulli-Gesetz zu verstehen, warum das so wichtig ist. Ich muss vielleicht auch erwähnen, dass der Bernoulli, da war ein Wissenschaftler in Basel, wo ich auch herkomme, dieser Bernoulli hat das Gesetz aufgestellt, ohne dass er den Energiesatz wusste. Dieser Satz war damals noch gar nicht bekannt. Das heisst, er hat eigentlich den Energiesatz vorausgenommen, ohne es zu merken, hat diese Druckmessungen einfach gemacht und das beobachtet und beschrieben, mit anderen Buchstaben damals. Der Energiesatz kam dann später und meine Herleitung über die Energieerhaltung ist eigentlich etwas, was historisch nicht so passiert ist. Es wäre viel einfacher, wenn man früher den Energiesatz gehabt hätte, aber der kam eben relativ spät in der Geschichte der Physik. Jetzt ein Beispiel vielleicht, drei, zwei Beispiele, wie man das brauchen kann. Wir haben vorher ja gesehen, dass bei einer Verengung die Geschwindigkeit größer wird. Wenn wir jetzt mal seine Stromlinie herauspicken, da in der Mitte, dann wissen wir, dass die Summe der Drücke entlang dieser Stromlinie konstant ist. Das ist der Bernoulli-Satz. Jetzt diese Konstante, der Gesamtdruck, können wir noch etwas vereinfachen, weil ja, wenn ich so eine horizontale Röhre nehme, wo die Flüssigkeit einfach horizontal durchgeht, dann ist ja auch die Höhe konstant. Das heisst, Rho mal G mal H bei inkompressiven Flüssigkeiten ist das Rho ja auch konstant. Da können wir sagen, das hier ist eigentlich auch konstant, können wir da dazunehmen. Wir haben nur noch diesen Unterschied zu beachten, nämlich ein halb Rho V² und dieser Kolben- oder Stempeldruck. Also in dem Fall können wir sagen, Bernoulli reduziert sich auf ein halb Rho V² plus P, Kolben oder Stempel, soll konstant sein entlang dieser Röhre. Wenn wir jetzt an der Stelle 1 schauen, da ist die Geschwindigkeit ja klein. An der Stelle 2 hier ist die Geschwindigkeit groß, haben wir gesehen mit dem Kontinuitätsgesetz. Also wenn diese Summe konstant sein soll, dann ist offenbar an der Stelle 1 dieser Anteil kleiner und an der Stelle 2 ist dieser Anteil dann grösser. Und das muss ich ja, wer es konstant sein soll, kompensieren mit diesem Stempeldruck. Wir können deshalb sagen, hier an der Stelle, ich mache es vielleicht farbig, dass man es besser sieht, nehme ich mal diesen Anteil hier grün und den anderen Anteil hier rot. Dann machen wir das jetzt so quasi mit Balken. Die Summe soll konstant sein. Also die Summe der Drücke soll in beiden Fällen zum Beispiel so groß sein. Einfach so als Balken dargestellt. So. Jetzt wissen wir, hier ist die Geschwindigkeit kleiner. Das heißt, dass ein halb Rho V² ist ein kleiner Anteil innerhalb dieses Gesamtdrucks. Hier ist die Geschwindigkeit größer. Wir haben diesen Anteil vom dynamischen Druck. Und das heißt, der Rest, weil die Summe ja konstant sein soll, ist dann auch der Stempeldruck. Sehen, hier ist der Stempeldruck größer als da. Also hier muss der Druck größer sein als da. Das hat sich schon ganz zu Beginn gesagt, bei der Einführung des Bernoulli-Gesetzes, dass wir da mit einem größeren Druck diese Geschwindigkeit erreichen, diese Geschwindigkeitssteigerung ermöglichen müssen. Es muss ein Druckunterschied da sein, dass es schneller wird. Und hier sehen wir jetzt auch genau, wie groß das sein muss. Da steht es nämlich. Und hat der Fall, um wie viel die Geschwindigkeit sich verändert. Und das hängt wieder ab von der Veränderung der Querschnittsflächen. Also wenn man die Querschnittsflächen kennt, da kann man direkt ausrechnen, um wie viel das schneller wird. Und danach ausrechnen, um wie viel da diese Druckänderung, wie groß die Druckänderung sein muss. Jetzt kommt noch etwas Lustiges. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier diese Röhre nicht einfach völlig geschlossen, sondern wir haben hier so kleine, was wollen wir da sagen, U-Roch-Manometer angeschlossen, sowas. Wir wollen jetzt den Druck seitlich messen. Also wir messen mit dieser Öffnung hier seitlich, also wenn die Drucksonde so stehen würde, und beobachten dann in einer Flüssigkeit, also wenn die Strömung nicht fliessen würde, wäre die Flüssigkeit vielleicht so. Und beobachten dann, sobald die Flüssigkeit strömt, hier einen Unterschied. Zum Beispiel jetzt wegen dem Überdruck, der meistens notwendig ist, geht es dann hier zunächst mal so nach unten. Dieser Überdruck, vom roten Teil hier, drückt da die Flüssigkeit nach unten, und da haben wir als Referenz einfach Luftdruck. So. Jetzt gehen wir da mal weiter und machen das Gleiche auch noch hier. Das ist auch ein U-Roch-Manometer. So. Jetzt wissen wir ja von vorher, dass jetzt dieser Überdruck kleiner wird, deutlich kleiner wird. Der kann sogar kleiner werden als der Luftdruck, und das wird dann bedeuten, dass an der Stelle jetzt hier ein Manometer so etwas anzeigt. Wie gesagt, weil wir ja da mit dieser Öffnung, die da seitlich zur Strömung ist, nur den statischen Druck messen, also nur den roten Teil, wird der eventuell kleiner als der Luftdruck. Also wenn der Luftdruck hier im Vergleich da in der Mitte irgendwo wäre. Das Beispiel. Das muss nicht so sein, aber wenn das jetzt so wäre, dann erhalten wir hier also ein Hochsteigen der Flüssigkeit, wir erhalten einen Unterdruck gegenüber Luftdruck, und das heisst, wir erhalten bei dieser grösseren Geschwindigkeit ein Saugen, es saugt da hoch gegenüber Luftdruck. Wir haben hier einen Saugeffekt. Es saugt hoch. Es kann sogar so stark sein, dass da wirklich Luft angesaugt wird. Also wenn da zum Beispiel keine Flüssigkeit wäre, die das Ganze blockiert, dann würde hier tatsächlich Luft angesaugt, und hier würde Luft rausströmen. Und dieser Saugeffekt, der ist ganz wichtig bei vielen hydro- und aerodynamischen Problemen oder Beobachtungen, ich will nur ganz kurz erwähnen, den Flügel. Wenn jetzt da in einer Strömung drin so ein Flügelprofil eines Vogels oder eines Flugzeugs ist, dann wird ja die Strömung hier, der kommt, abgelenkt und hat dann hier eine Verengung im oberen Bereich zur Folge. Das wären die Stromlinien hier. Und da unten geht es praktisch geradeaus weiter. Diese Verengung ist so ein bisschen wie wenn da eine Röhre wäre, die das Ganze quasi fasst und die Röhre wäre dann hier enger. Da wissen wir, wenn es enger wird, wird es schneller nach dem Kontinuitätsgesetz. Das heisst, die Kräfte, wenn da jetzt eine Drucksonde wäre oder so ein U-Rohr-Manometer, die Kräfte bewirken dann, dass dort, wo es schnell ist, wie wir das hier gesehen haben, eine Art Saugeffekt entsteht. Der wirkt dann auch auf diese Wand. Und diese Wand wird dann an dieser engen Stelle nach oben gesaugt. Und das ist der Grund für den dynamischen, wie man sagt, Auftrieb. Auftrieb aufgrund einer Strömung, wenn sie eng wird, gibt es einen Saugeffekt und der saugt dann mit dem Unterdruck das Flügelprofil nach oben. Das Saugen ist ja immer verglichen mit dem Luftdruck gemeint. Das ist ein kleinerer Druck gegenüber Luftdruck. Wenn der Flügel zusätzlich auch noch schräg steht, dann kommt noch ein kleiner Staudruck von unten. Das ist ja meistens der Fall, dass der Flügel schräg steht. Dann haben wir neben diesem Saugeffekt an der Oberseite auch noch das quasi Abprallen der Luft, das Stauen da an der Unterseite. Und wenn man da die Zahlen anschaut, dann findet man, dass ungefähr zwei Drittel durch das Saugen des Auftriebs entsteht und etwa ein Drittel durch das Aufprallen der Luft von unten. Also, ja, eben eine Stauwirkung. Also Bernoulli, da gibt es jede Menge Beispiele. Wenn Sie die Videos von mir anschauen mit den Experimenten, dann sehen Sie, was da noch so möglich ist. Da kann man wirklich lustig spielen und es macht wirklich Spaß mit dem Bernoulli zu experimentieren. Schauen Sie die Videos an, können unter Stichwort Bernoulli googeln Trinat Füßbernoulli, dann finden Sie einige Beispiele.